Willkommen liebe Leute zu einem weiteren Trophäen-Tipp hier in Madden NFS 17 auch wieder dieses Setup für zwei Trophäen, deswegen hört ihr das gleich jetzt gleich zweimal. Einmal Anti-Freeze, einmal Comeback City sind bei beiden Trophäen die gleichen Settings und zwar hier unter Play Now mit dem Zweit-Controller-Trick mal wieder, also das heißt zweite Controller einfach mal mit anschalten hier in dem Game. Dann zeige ich euch es gerade nochmal mittels neuer Benutzer als Gast spielen. Das ist relativ hupe, hier auf Nicht-Anmelden gehen und somit seid ihr drin, switcht hier rüber zum Gegner-Team und hier wählt ihr irgendwas Schwächeres aus, ja, das sind die hier drin. Cleveland, Browns geht da schon mal rein und hier als Heim-Team alias der Controller, der die Trophäe haben will, nämlich New England Patriots. Skill-Level ist Wurst, was ihr da auswählt, ich lasse das Ding einfach mal auf All Madden drin, weil, why not? Ne, ich bin ja halt so hier. Genau, so, Gegner-Team nehmen wir natürlich hier Rookie, dass es klar ist. So, also der, der keine Trophys haben will, nimmt Rookie mit dem Zweit-Controller, den ihr eh nicht oft benötigt, aber egal. So, die nächsten Setups, das hier Exhibition passt, Event-Teams-Off passt auch. Quarter stellen wir hier auf drei Minuten ein, ihr könnt es natürlich auch auf vier oder fünf Minuten machen, je nachdem, wie ihr denkt, dass ihr 17 Punkte aufholen könnt. Ähm, aber meines Erachtens reichen drei Minuten, weil ihr habt im Game nochmal ein paar Einstellungsmöglichkeiten, um das Ganze ratzfatz von 17 Punkten zu drehen, beziehungsweise auch eventuell gleich zu ziehen, um dann in Overtime reinzukommen, um somit auch die Trophy Comeback City, äh, schmarrnlich Comeback City, Anti-Freeze zu erhalten. Ne, Acceleration Clock sicherheitshalber dann auf Off, damit ihr mehr Zeit habt, die Spielzüge zu planen, beziehungsweise einfach schneller die Zeit verstrechen lassen könnt, wenn ihr getackelt werdet, dass ihr dann in dem Fall einfach nichts macht, sondern nur stehen bleibt. Ne, so, ähm, genau, das sind die Settings, Advanced-to-Game wäre in dem Fall der nächste Schritt, und, ja, Rest seht ihr dann gleich. Bis gleich. Dann schließlich ingame drin hier. Müsst ihr einfach nur schauen, dass ihr hier bis zur vierten Quarter, rechts oben ja zu sehen, neben der Systemuhr, ein unentschiedenes Ergebnis stehen habt, solltet ihr euch nicht allzu schwer fallen mit zwei Kontrollern da. Das Spiel so zu spielen, dass es unentschieden irgendwie endet, deswegen auch nur drei Minuten Quarterzeit, weil das reicht dicke aus. So, danach ist es eigentlich relativ egal, was ihr auswählt. Ihr hört es gerade schon hier rumdrücken hier, dass ich versuche hier irgendwelche Knöpfe zu drücken, dass es schneller geht, also relativ scheißegal, was ihr hier auswählt, wann wer wie wo was starten will. Nicht wundern, ich spiele hier übrigens hier gegen den PC, aber macht nichts mit dem Setting. Vorher erwähnt, geht es wesentlich einfacher. Mit zwei Kontrollern habe ich getestet hier mit dem zweiten Account von mir, und hier sieht man es jetzt nochmal, das hier ist jetzt ganz wichtig, dass OT dran steht, alias Overtime. Und hier müsst ihr dann in dem Fall nur versuchen, wie jetzt hier zu sehen, relativ weit hinten Richtung gegnerisches Field Goal zu kommen, also in die gegnerische Goal Zone reinkommen und dann schlussendlich einfach eine Auktion auswählen, dass ihr hier den nächsten Spielzeug planen könnt, beziehungsweise das Field Goal auswählen könnt. Und da ist es dann entscheidend auch wichtig, sobald ihr das Field Goal auswählt, wartet erstmal noch ganz kurz ab, weil der gegnerische Trainer muss das Spiel pausieren, alias was er jetzt gleich macht, genau das hier, Time Out, das ist ganz wichtig. Also wenn ihr mit dem zweiten Kontroller spielt, drückt dann in diesem Fall das Touchpad, dass ihr ein Time Out habt und somit nennt sich das ganze Zeug Freeze. Und jetzt müsst ihr einfach nur versuchen, mit eurem Hauptaccount, mit dem Kontroller, mit dem ihr die Trophy haben wollt, das Field Goal zu treffen und dann nach kürzerer Zeit später ploppt die Trophy auf. Na, das war's. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Servus und Tschö. Untertitelung des ZDF für funk, 2017